Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute reden wir über TÜVKÖL-Produkte. Knackiges Sommergemüse mitten im Winter, ausgesuchtes Pfannenfertiges Geflügel oder mehr frische Fische aus dem hohen Norden. Das alles finden Sie im grossen Angebot von der Goldstadt TÜVKÖL-Produkte, die von einer Qualität sind, die der frischen Produkte entsprechen. Das ist möglich dank der Goldstadt TÜVKÜL-Kette. Das heisst, sofort nach der Verarbeitung und dem TÜVKÜLEN im entsprechenden Betrieb sorgt die Coop für einen schnellen Transport mit Schiff und Bahn ins Coop-Zentrallager. Von dort geht es dann mit Spezialfahrzeugen direkt in ihre Coop-Lade, ohne dass die Ware einmal aufgetaucht wird. Das TÜVKÜLEN ist eine der perfektesten Frischhaltemethoden, weil nämlich Vitamine, Minerale, Spurenelemente, Eiweiss usw. und natürlich auch die Farbe und den Geschmack geschont werden und die Lebensmittel praktisch schon im Frischstadium erhalten bleiben. Darum ist es besonders wichtig, dass wir auch schon zu Hause beim Lagern und beim Kochen gut schauen, dass die wertvollen Nährstoffe nicht verloren gehen. Auf jeder Goldstarr-Packung hat es darum von Coop ganz wichtige Informationen, und zwar über das Aufbewahren und Haltbarkeit, über die Zusammensetzung, über die Zubereitung und Nähr- und Energiewerte. Und nochmal etwas ist wichtig, alle Goldstarr-Produkte sind natürlich auch wirtschaftlich sehr interessant, weil sie nämlich jedes Mal nur gerade das Nettogewicht zahlen, also auch keine Rüstabfälle haben. Und die können nämlich sehr gross sein. Gerade jetzt läuft bei Coop eine Goldstarr-Aktion mit einer ganzen Reihe von wichtigen und preisgünstigen Angeboten. Und jetzt möchte ich Ihnen noch ein paar weitere aktuelle Coop-Angebote machen. Und zwar geht es um das komfortable, energiesparende Kochen. Die Stiel-Kasserollen aus rostfreiem Edelstahl sind mit einem extra dicken Aluminiumboden ausgestattet, der rasch erhitzt und eine sofortige Wärmeverteilung gewährleistet. Und die Bratpfanne, ausserrot emailliert und mit der bewährten Antihaftversiegelung Silverstone ist nicht nur langlebig, sondern auch widerstandsfähiger gegen Verkratzen. Die Stiel-Kasserollen und die Bratpfannen kommen jetzt bei Coop zu besonders günstigen Prisen rüber. Und jetzt wird es interessant für alle Hobby- und Profi-Handwerker. In Alschwil bei Basel wird morgen Morgen ein weiterer Coop-Bau-Center eröffnet. In den bekannten Einkaufsstrassen erreichen Sie bequem über 40'000 Artikel fürs Ausbauen und für den Neubau von Haus und Garten. So, und jetzt schalten wir um in die Studioküche zum Coop-Rezept dieser Woche. Guten Abend. Torschfilet mit Gemüse überbachen. So heisst unser heutiges Rezept. Wir können die Packung Torschfilet etwa eine Stunde anbauen lassen, in zwei Zentimeter grosse Tranchen geschnitten, mit Zitronensaft beträufelt, mit Salz und Dill gewürzt. Hier haben wir fein gewürfelte Riebli, Lauch und Sellerie im Angedämpft und gesalzen. Das Gemüse geben wir jetzt über den Fisch. Ein wecher sauren Halbrahm kommt auch dazu. Und zum Schluss noch ein bisschen Reibkäse. Mit Alufolie bedeckt, kommt die Grata-Form in gut vorgeheizten Ofen. Nach etwa 20 Minuten nimmt man die Alufolie weg und lässt das Fischgericht etwa ein paar Minuten überbachen. Kurz vor dem Servieren geben wir noch ein bisschen Peterli drauf. Das Rezept von diesem lustigen Fischgericht steht in der Coop-Zeitung. Einen guten. Das wäre es gewesen. Wir danken fürs Zuschauen und wünschen noch einen schönen Abend. Achtet Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Das lohnt sich. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 1 kg Sushar Express statt 8,35 für nur 6,90. Zwei Paar Wienerli statt 2,50 nur 1,90. Midikonfitüre, alle Gläser an 450 Gramm, sind jetzt 50 Rappen günstiger. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag 5 kg Vollwäschmittel Teddymat statt 12,50, jetzt nur 9,90. 1,5 kg VW Korall statt 8,90, jetzt nur 6,90. 1 l Gewäbverrädler Teddydus Konzentrat statt 3,90, jetzt nur 2,90. Moro Blutorange im Netz an 2 kg nur 2,20. Und in der Tragtasche an 4 kg nur 4,20. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.